Für mehr Lebensqualität, die Villa GASA, euer Vermarkter Wohnen, ich bin Markus Gerber. Sie haben jetzt gerne ländlich, ruhig und gerne viel Platz. 6,5 Zimmer, Einfamilien aus Whirlpool, Bastelraum, Garage, Platz für zwei Autos. Und in den letzten drei Jahren ist die Heizung komplett saniert worden, und zwar inklusive Radiatoren, neue Küche, Bad, Gäste, WC, Bodenbeläge, Elektroverteilung, Umgebung und vieles mehr ist gemacht worden. Dir eine Frage oder eine Besichtigung für eure Lebensqualität stimmen euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020